Elisabeth, 1510 in Berlin-Köln geboren, war eine Prinzessin aus dem Hause Hohenzollern. Als Tochter des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg erhielt sie eine streng religiöse, humanistisch geprägte Erziehung. 1525, im Alter von 15 Jahren, wurde sie mit dem 40 Jahre älteren, verwitweten, katholischen Herzog von Braunschweig-Kahlenberg-Göttingen Erich I. verheiratet. Dass dieser Altersunterschied nicht zu erheblichen Konflikten führte, mag darauf zurückzuführen sein, dass Erich sich meist auf der Burg Kahlenberg in der Nähe von Hildesheim aufhielt, während Elisabeth im Welfenschloss Münden in Südniedersachsen lebte. Mit den Ideen der Reformation kam Herzogin Elisabeth von Kahlenberg-Göttingen schon sehr früh in Berührung. Ihre Mutter, die Kurfürstin von Brandenburg, hatte sich bereits um 1523 der Lehre Luthers zugewandt und empfing 1527 erstmals das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Nachdem sie von ihrem Ehemann, der ein entschiedener Gegner der Reformation war, mit Repressalien bedroht wurde, floh Elisabeths Mutter 1528 zu ihrem Onkel, dem Kurfürsten Johann von Sachsen. Die heftige Reaktion von Elisabeths Vater drang bis zu den Wittenberger Reformatoren, die zugunsten der Kurfürstin intervenierten und mag das Interesse der damals 18-jährigen Elisabeth von Kahlenberg-Göttingen an den reformatorischen Ideen noch verstärkt haben.